Was ist der höchste Fall in Minecraft, den man überleben kann? Okay, hier fallen wir auf Stein aus 23 Blöckenhöhe. Okay, krass. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt sind wir von 44 Block hoch einfach in Lava gesprungen und haben es überlebt. Okay, was geht jetzt ab? In ein Bett aus 45 Metern, also Blockhöhe. Auch übertrieben, krass. Okay, was geht jetzt ab? Oh, einfach 100 Blöcke hoch auf Stroh. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt auf, was soll das sein, Goldblöcke? Digga, waren das Goldblöcke? Auf jeden Fall auch ziemlich von einer großen Höhe überlebt. Und jetzt auf diese, oh, okay, auf diese komischen Baustellenblöcke. Jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt der höchste Sprung, den man überleben kann in Minecraft. Und oha, von wo springen wir bitte in Schnee aus unendlicher Höhe? Geisteskrank.